Sie möchten wohl an meinem Sack lutschen? Was hast du gesagt? Es tut mir leid, tut mir leid. Eigentlich hab ich gesagt... Sie möchten wohl an meinem Sack lutschen, Mr. Garrison. Bis zum nächsten Mal. 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 Eric, hast du gerade auf meinen Schreibtisch gekackt? Was geht ab? 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 Was geht ab, blablabla, was geht ab, was geht ab? Hab dich richtig angeschissen, was machst du jetzt?